Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Ruinark. Tutorial würde ich sagen. Ich bin schon gespannt auf das Spiel. Endlich wieder mal einen bösen spielen. Das gibt es ohnehin zu wenig finde ich. Pick a tile to place your portal. Are you sure you want to build your portal here? In Ruinark you are a powerful demon overlord bent on invading worlds. You cannot manifest yourself in mortal realms yet. So you must exert your influence through various spells and minions. Through the game's end goal is to wipe out villagers. It would be more fun if you approach your invasion in a more creative manner. This tutorial gives you a variety of spells and abilities from the three different archetypes to show you your options. I am ready. So. Mouse hover over this. Some steps in a checklist will have a different text color. Text with this color provide more information when hovered. Text with this color does not. Look around. You can move the camera around by doing any of the following. WASD keys using the arrow keys press and hold the middle mouse button and drag. Drag. Versuchen wir das mal. Ja. Wie heißt die. Schön. Zoom in and out würde ich mal sagen. So. Unpause the game using the space bar. Alternatively you can also use the time control button. Basic controls haben wir mal drauf. Stop. Okay. Stop. Click on an object. Zack. Click on a villager. Rasputin. Nicht? Terence. Ah. Ja ist das. Ah. Und das ist Rasputin. Okay. Und click on a house. So. Villager opened its infotain. Tab. The info tab provides you with basic information about the villagers such as its combat stats, affiliations, temporary statuses, permanent traits and items held. Open its mood tab. The mood tab provides you with an overview of the villagers current state of mind. A villagers mood is primarily affected by statuses. The lower a villager's mood is the less cooperative it is with others and may even eventually run amok. A villager also has several needs that apply various statuses depending on how high or low they are. Relations. Relations tab shows a villagers relationship with its neighbors. A villager will not cooperate with its enemies. So one subtle way of reducing a villagers power is by having its residents dislike each other. Also hier sehen wir. Schauen wir nochmal kurz hier. Hier sehen wir. Seine. Seine. Faction. Location. Home Region. House. Entertained. Sprightly. Brimming with stamina. Can run. Healing expert. Persuasive. Persuasive. Fireproof. Fireproof. Okay. Wie ist er so drauf? Seine Stimmung. Relations. Seinen Sohn mag er nicht. Oder wie? Okay. Das ist sein Rivale. Den mag er mal gar nicht. Okay. Und. The log tab provides you with a timestamped list of what a villager has done. Noch gar nichts. Gut. Afflict. How to afflict. Afflict. The afflict button can be seen beside the selected character's nameplate. Achso. Das ist das character's nameplate und das hier ist afflict. Afflict a villager with a negative trait. Afflictions are flaws that you may apply to a villager that will affect their behavior. Afflictions may have a limited number of charges. Once you've exhausted its charges there's a long cooldown before it's replenished. There are a vast number of different types of afflictions you may experiment with. You can turn someone into a psychopath or a vampire or you can afflict one with a zombie virus. The vampire's energy meter no longer increases but they have to drink other villagers blood to survive. Okay. Okay. Machen wir ihn zum Vampyr. Trigger flaw. Trigger flaw is a special ability that allows you to force a villager to perform actions related to one of their flaws. Not all flaws have associated Trigger flaw effects but must do. Will drink someone's blood. Okay. Oh. Da geht er schon. He's going to knock out Preston. Hahahaha. 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 Hold on. Er統btion格 neg escrib competitors. Hahahaha. 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 You start to play through with limited amount of mana. The primary way of gaining more mana is by finding chaos orbs. These are mana-filled orbs that are produced by villagers. Whenever they perform criminal acts. They also produce these when they cry, so try to make them miserable. Okay. Preston. Wie geht's ihm? Knocked out. Aber ihm geht's ganz gut. Soweit. Okay. So, wir... Moment, kurze Orientierungsphase hier. Open Build Menu. Choose the Eye. This structure notifies the player of important events that occur within its region. Some of these events can then be stored as an intel that can be shared to villagers. Ja, machen wir ihn... Machen wir das hier hin einfach. Too close to village. Okay. Dann machen wir das etwas weiter weg. Zack. Okay. Schöne Eyeballs. Storing intel. Storing intel. Keep an eye at the bottom right of your screen. Because any time a character does something interesting, the eye will notify you there. Also, log here. Some notifications can be stored as intel by clicking on the eye icon next to it. Not only regions that have the eye structure will notify you. Flirted but was rebuffed. Okay, das kann ich jetzt... Wupp. Hier rein. Schmeißen. So, machen wir hier gleich weiter. Click on Intel Tab. Choose the stored intel. Share to a villager. Laila interessiert das bestimmt. What do you want from me? Shea flirted with Hammond but was rebuffed. Laila seemed scornful at Shea after receiving the new information. Gerüchte weiter streuen, das gefällt mir. Click on Spells Tab. Cast Rain. Hier. These are powerful magic that you may cast on a tile or an area of the map. All spells cost mana, have limited number of charges and have also have a short cooldown. Windblast. Zack. So, das hier ist nass. Und hier kann ich jetzt, wenn jemand drüber geht, leiten. Okay. Cast Splash Poison. Oi, oi, oi. Burn Poison Floor. Achso, aber das funktioniert nicht. Auf nassem. Jetzt muss ich wieder, also auf nassem Boden. Booby Trap. Someone just placed a booby trap on an object. The tutorial quest has been added to walk you through the details. Jetzt mache ich zuerst nochmal das hier noch. Den Meteor. Kann ich den jetzt? Ah. Find the trapped object. Hier. What are we? Click its info tab. Ah. Info tab. Click on. Also hier sieht man, owner light. Ja, hier. Booby trapped locks. Sheer booby trapped bed. Achso. Ah, ja. Und hier. Check out the relationship between the culprit and the object's owner. You may also find some hints in the culprit's log about their history. Create more tensions between villagers to induce more of them to do dastardly deeds like this. So, kennel. Open build menu. Das kann ich jetzt mal schließen. Achso, doch nicht. Choose the kennel. This structure allows the player to breed wild monsters. These corrupted versions will have a different behavior from their wild counterpart. You can check a wild monster's expected kennel breed breed behavior from this info tab. Its info tab. Place in an unoccupied area. Machen wir das hier hin. Yup. Seize a monster. This action can be used to take a monster and then transfer it to an unoccupied tile. Kann ich die jetzt nicht nehmen? Der vielleicht. Ja, das geht. Und. Drop. Click on the monster. Und breed it. This action adds one charge of the current monster to the player's monster list. Jetzt haben wir das quasi kopiert. Demons. Ui. Lesser demons. You have a handful of lesser demons at your command. You can summon them to perform certain actions for you. They will despawn if they lose all HP and will have to fully recuperate in the nether realms before you can summon again. An invader type demon. Ah, hier unten steht's dann. Defender, invader, invader. Die beiden sind invaders. Powerful melee, strong ranged magic. Machen wir das mal. Spawn anywhere. Zack. Each demon type has a fixed behavior. For example, an invader type such as pride and wrath demons will assault the nearest villager settlement. If you're done with the main tutorial, killing villagers may be quite easy if you simply use spells. The real fun is when you get creative with it. Try to start a zombie apocalypse or let the villagers fight amongst each other by making them do various crimes. Or figure out how to turn someone into a necromancer. Good luck. Das ist cool. Das heißt, er schaut jetzt mal hier vorbei. Eliminate all villagers. Die schlafen. Unsummon. Okay. Also, der spaziert jetzt. Oh. Zum Sable. So. Was passiert jetzt? Preston wird im Schlaf überrascht. Wir könnten jetzt hier noch zum Beispiel eine Poison Cloud. Careful, your threat level has increased. Many of the things you do generate only a small amount of threat, but it goes down very slowly every hour. Something really bad will happen once your threat level has reached 100. Be ready. Okay. Wir haben jetzt drei. Okay. Okay. As a procedural game, Ruinark will eventually be full of special events that have various triggers. In this world you can turn an evil or treacherous villager into a necromancer. If you manage to get him to pick up the necronomicon. Try it. Click on a villager, open its infotech, click on its faction. Nehmen wir mal hier Shia. Click on its faction. Faction. Faction is a group of characters that belong together. Typically has a single faction leader, several sets of ideologies, villager members and claimed territories. Is ja... Cool. The overview tab provides you with basic information about the faction such as its name, banner, faction leader, ideologies and relations. Peaceful. Only humans. Divine worship. The members tab shows a list of all characters belonging to the faction. Das sind eh alle hier. The location tab shows a list of all territories belonging to the faction. Das ist das Settlement hier. Da ist halbwegs was los. Okay. Faction Logs. The Logs tab provides you with a timestamped list of faction related events. So, trotzdem müssen wir es... Was machen wir hier? This affliction will make a villager unfaithful. Unfaithful villagers may flirt and develop affairs even if they already have a husband or a wife. Schauen wir mal. Ähm... Relations. Husband is president. Ja, dann versuchen wir das doch mal gleich. So. Hier haben wir ein paar die flirten. So. 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 Was wollte ich jetzt? Bliss flirted with... Moment. Nigel. Habe ich... Nigel flirted with Patsy. Das gebe ich ihm jetzt weiter. Oh, das interessiert... Das ist sie. Okay. Interessiert sie eigentlich gar nicht. Gut. Dann halt nicht. So. Der Schleim im Einen. Den kann ich jetzt hier irgendwo hinsetzen. Dann nehmen wir den Pride Demon auch noch gleich dazu. Ein Tisch kann immer wieder Feuer fangen. Genauso wie eine Gitarre. Take someone's item. Check an object's owner in its Info tab. Find an object whose owner is a villager. Make sure that the owner is still alive and does not have blessed trait because we will be seizing him later. Check the structure residence. Ah, okay. Jetzt schauen wir zum Beispiel mal. ähm... Die Gitarre. Äh... Gehört... Shia. Der Rival ist Rasputin. Wenn wir jetzt die Gitarre schnappen und... Ach, ich müsste wissen... Was das Haus von Rasputin ist. Er kann eine zweite Gitarre brauchen. Und er schnappt sich auch gleich die nächste Gitarre noch. Er ist ein Gitarrenfanatiker. So, jetzt hat er schon vier Gitarren. Da liegen auch noch ein paar. Hier ist auch noch eine. Und hier ist noch eine. Dann haben wir, glaube ich, alle Gitarren in einem Haus. Das sollte vielleicht doch ein paar Probleme geben, oder? Hier haben wir ein paar Flirtzwillige. Ah, da sucht er schon. Stopp mal kurz. Ähm... Steht hier... Light Witnessed Bliss Woot Terrence. Die gehören eh zusammen, glaube ich. Ah, wir sollten vielleicht... Äh... Kleptomanie ist immer gut. Und... Achso, zu wenig Mana. Kostet 25 Mana. Ich brauche Mana. Ähm... Und die hier... Das ist ja quasi nur einer. Können wir den jetzt schnappen und... z.B. hier mitten rein. Die macht eine schöne Spur. Aber... Hm... Geht wieder zurück. Schade. Dann machen wir was mit... Hier... Der gute Rasputin. Er soll jetzt gleich mal verstehen. Oh, eine ganze... Ein ganzes Bücherregal. Oder... Äh... Schriftrollenregal. Stiel da. Okay. So. Der hat jetzt... Äh... Moment. Light... Stole... Scrolls... Shelf. Von Nigel hier. Wenn wir Nigel... Das jetzt... Stecken. Sie sind disapproving at Light after receiving the new information. Wie sieht jetzt... Ah ja. Das ist jetzt schon sein... Rival. Ja. Light has been accused of theft. Hehe. Nigel reported Light's criminal act to Sable. Hehe. Das ist schön. Um... Sepp. Können wir den jetzt einfach so... Okay. Die kann ich jetzt nehmen und hier hinsetzen. Ah, kämpfen dann auch. Oh, schade, ist schon gekillt worden. Was macht der jetzt? Oh, stopp mal kurz. So. Patsy und Nigel haben Light beobachtet. Ah, Rasputin dürfte hier dahingerafft sein. Ach so, die sind schon hinüber. Ah, und hier, der wird angegriffen. Jawoll. Da wird er gleich wieder attackiert. Gleich wieder attackiert. Ja, got scared. Gleich nochmal ein bisschen zappen. Is healy nix. Oh, scheide. Frame up. Seize item owner. Drop at the same house. Wait for the character's reaction. So, stopp. Seize item owner. Not enough, manor. Geben wir ihm mal einen Zombivirus. Moment. Nigel flirted with Patsy. Ah, okay, das ist wirklich seine Frau. Gut. Terrence hat einen Zombivirus. Jetzt geht er essen. So, das ist sein Haus. Jetzt kann ich den nehmen und hier. Ach so. Ach so. Stoppen. 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 Ne. Zu wenig. Zu wenig Mana wieder? Zack. So, nehmen uns selben Haus. ich weiß jetzt gar nicht um welches item es hier geht hier hin so moment hier ach so nehmen hier hin villagers are prone to making suspicious assumptions especially when they are in bad or critical mood shea just saw her guitar in terence and bliss home and has now assumed that it has been stolen ah schön click item owner click on lock tab click assumes thieves name bliss okay jetzt schauen wir noch mal zu shia Okay, ist aber kein Enemy. Wir haben noch 8 Villages remaining. Oh, hier sieht es schon richtig schön aus. Der verbreitet schön was. Wir haben noch einen Zombie. Terrence. Poison. Wir müssen erst warten, bis er aufsteht. Oh, da ist schon richtig viel Poison hier bei ihm. So. Jetzt könnten wir jetzt mal sagen, Trigger Floor. Und zwar genau jetzt. Oh, doch nicht. Den hat er ja schon. Schauen wir mal, welche Spells wir Fire Damage haben. Hier wollen wir Fire Damage haben. Rums. Dann holen wir uns noch ein paar nette Oh, hier sind auch Leute. nö, Tombstone. Oh, das ist das Necronomicon. Das könnten wir jetzt mal so hier einfach fallen lassen. Schauen, was passiert. Will das jemand? Schauen. Schauen. Sable hat sich das Necronomicon geschnappt. Die sind alle glaube ich gar nicht mehr so gut drauf. Sable will have an affair. Jetzt geht sie schlafen. Schauen. Was können wir hier noch? Defiler allows the player to brainwash villagers into cultists. These demonic cultists can then be manipulated to perform certain helpful actions for you. Um Oh Terence suddenly died. Schau an. Da waren es nur noch sieben. Da liegt er. Könnten die nicht schnappen und hier hier hinlegen. So. Wir haben ja noch ein Monster. Ja. Aber ich wollte mir eigentlich andere Monster holen. Das hier ist ein Schwein. Das ist kein Monster. Das sind keine ordentlichen Monster. Aber wir könnten uns jetzt hier einen schnappen und hier noch reingeben. so. Und hier haben wir noch Reserven. So. Und der hier den holen wir uns auch. Stopp. Auch noch hier dazu. So. Wäre doch gelacht. wenn wir hier nicht ein wenig Unruhe stiften könnten. Oh. Die sind doch recht recht schwach eigentlich diese Viecher. Dann holen wir uns hier einen die Demons wieder. Und gleich hier noch ordentlich. Jetzt geht's rund. A villager is grief stricken. Grief stricken villagers may sometimes refuse to eat. Tutorial quest has been added. Find the grief stricken. Nigel click on log tab. Find the cause. Check out the villagers log to see which event triggered this reaction and then click on the relevant name to find it. You may also check out their relationship to understand why. Patsy's death. weil Patsy seine Frau ist. Gut. Das ist irgendwie logisch. Patsy was killed by Barong. Barong. Schöne Sache. Der wird jetzt eingraben. A character has just contracted the zombie virus tutorial quest test. Ja und hier haben wir den nächsten. Click unlock tab click on infected source from Terrence Schöne. Infected villagers and monsters become zombies when they die they arise at dusk and then become lifeless again at dawn. They are hostile to everyone except other undead that includes your minions. They can inflect those they attack. So go ahead and start your own zombie apocalypse. Das ist Schöne. Hier is wieder Terrence. in der Nacht. Da holt er sich die Leute. Aber im Moment ist er ziemlich wahllos oder ziemlich orientierungslos. Oh! Vom Zombie Virus geheilt? Das ist aber nicht nett. Dafür bekommst du jetzt Vampirismus. Das können wir nicht so stehen lassen. So und weil es so schön ist holt er sich jetzt gleich sein Blut. und vielleicht kann Blizz zusehen? Nigel has been accused of being a vampire. Blizz is fleeing from Nigel. Nigel drank Sable's blood. so light is sein oh ist schon light hat sich schon erledigt. Ein enemy Terrence und Hammond die sind ja alle schon Terrence ist eigentlich ein Zombie Layla der können wir das jetzt stecken tum 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 das hier oh schade die muss jetzt aufwachen dann können wir sagen was für ein garstiger Typ Nigel ist Terrence died schon wieder okay stop so Layla seemed shocked and threatened at Nigel after receiving the new information arrival sehr schön Layla is going to report Nigel crime to Preston jawoll das das soll sich ordentlich rum sprechen bliss is sleeping on the ground okay wenn er so schön schläft dann soll er doch gleich in einer poison gift lache schlafen wie geht es ihm denn nicht so gut energy ziemlich oben okay so okay schön schön also Nigel ist jetzt nicht mehr so der der nette oh und schon schon wein da so ich sollte wieder hier gibt es aber keine keine ja schlimmeren monster so weit leider ja wir spinnen giant spider solche brauchen wir so und dann machen wir jetzt mal eine spider invasion und zwar hier gepaart mit freezing trap okay das war daneben beziehungsweise er hat es einen falschen erwischt läuft oh schade zack lightning ist auch cool und das hier i see rocks come da waren es nur noch drei vielleicht ist es jetzt ganz gut wenn wir hier ein paar okay die kann ich nicht mehr breeden recharging sacrifice for two chaos orbs so preston geht es noch viel zu gut was macht er denn wenn sein haus von einem meteor getroffen wird er brennt oh preston is having a mental breakdown oh human meat so zwei villagers gibt es noch terence ist wieder mal gestorben nigel will hier helfen wie hilft es sich denn hier oh das gefällt ihm spend some time daydreaming lightning 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 ist immer gut er lebt immer noch oh schade jawohl hab ich hab ihn erwischt oh jetzt ist leila alleine wie wär's denn nicht leila became the faction leader of the liani ist er auch die einzige nur noch hat hunger was ist wenn in deinem haus plötzlich das necronomicon auftaucht oh the trechers leila learned the dark secrets of the necronomicon and has become a necromancer leila is going to build a lair ok das wird spannend study the necronomicon machen wir das etwas schneller absorb the life life essence of their road achso das ist ein eins meiner monster gewesen okay it's a graveyard it's a graveyard it's raising the corpse of kalath kalath kalatha da baute sich schon die untrote armee auf skeleton barbarian oh man so ich denke wir bereiten dem jetzt ein ende ist das cool ok ich würde sagen das war's für heute vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal ciao 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 ciao